...irgendwie Nahrung zu mir zu nehmen, das ist ja gleich... Hatten Sie mal erwähnt, auch gerade das Frühstück, wichtig. Ja, ich habe wirklich heute Morgen, weil ich irgendwie mein Auto gepackt habe, ich fahre gleich noch zu meinem Schatz. Also ich bin also bis Mitternacht noch unterwegs. Das ist ordentlich. Ja, und irgendwie vor lauter Autopacken und hast du jetzt hier alles und was musst du noch mitnehmen und brauchst du noch dieses und hier was ausladen, da was an... Habe ich das Frühstücken vergessen. Einfach vergessen. Und dann bin ich heute zu QVC gekommen, irgendwie so gegen Mittag, ich war erst noch bei der Kosmetik und dann irgendwie bin ich heute Mittag hergekommen und dann habe ich gedacht, Mensch, gut, dass die Kantine aufhört. Irgendwie habe ich ein bisschen Appetit. Komisch. Stehe ich jetzt gar nicht. Ja, finde ich auch. Also ich habe auch schon gedacht, vielleicht habe ich doch auch Fieber oder so. 197, 190, die Artikelnummer. Tina, ich nehme Sie noch mal an die Hand. Wir gehen noch mal... Übrigens, wir haben gerade rechts noch mal, oh, mein Stuhl knatscht, die Fünferpackung der Midi-Slips eingeblendet. Das heißt, gerade jetzt in der Kombination, man sieht es bei Marina und bei Birgit, wie toll das auch zusammengetragen ausschaut. Das hat so was ganz Rundes, Harmonisches. Und für unsere BHs sind schon fast 14.000 Bestellungen seit heute 0 Uhr eingegangen. Und bestellen Sie sich doch dann die Midi-Slips gleich dazu. Und ich glaube, unseren Hausanzug von Daily Comfort können wir Ihnen rechts auch noch mal einblenden. Ich meine, da hätten wir nämlich auch so ein Bildchen von gemacht. Denn nicht, dass Sie sich jetzt wundern, wir haben nach wie vor über 700 Zuschauer am Telefon, die immer noch den Hausanzug bestellen. Das ist schon kuschelig aus, als er so an mir vorbeiliegt. Ja, aber nein, so, dass ich denke, den ziehen wir nicht erst im Oktober oder November an, sondern der ist schon viel früher wieder mit dabei. Und ein super Preis. Hallo? Keine 20 Euro? Mein, ganz ehrlich, bei solchen Preisen, das ist für mich wieder so was, wo ich mir denke, das rufen Sie dafür jetzt an. Im Moment warten Sie noch nicht so lange. Im Moment warten Sie eine halbe Minute. Aber die Kurve steigt stetig an. Das heißt, die Wartezeit wird tendenziell länger. Rufen Sie jetzt an oder nutzen Sie auch jetzt schon Q-Tail, wenn Sie sich dieses spitzen Angebot sichern möchten. Wir haben vier Farbtöne zur Auswahl. Wir haben Weiß, wir haben Nude, wir haben Apricot und wir haben Flieder zur Auswahl. Und hier sehen Sie, was für einen schönen Körper dieser BH modelliert. Also was für eine schöne Brust der auch modelliert. Diese Natürlichkeit ist einfach schön. Absolut. Und das ist eben das Schöne daran, dass wir schicke Verzierungen haben, eine ganz zarte Spitze. Also das ist ganz wichtig, dass das Material natürlich auch sehr, sehr hautfreundlich ist. Dass Sie eben auch hier einen Tragekomfort haben, dass die Träger breit genug sind, um das Gewicht der Brust perfekt eben auch zu fählen. Dass Sie da haben, dass Sie sich eben auch frei bewegen können. Also ich habe das häufig gehört von Damen, die gesagt haben, Sie haben eine schwerere Brust, wenn Sie sich dann bücken, aufstehen. Hier nochmal was erledigen, da und dort. Das verrutscht das schon mal ganz gerne, wenn eben die Passform nicht hundertprozentig ist und wenn es auch gerade im Ausschnittbereich und an den Seiten nicht dementsprechend gearbeitet ist. Hier haben Sie die Sicherheit. Hier haben Sie auch die Sicherheit in der Rückenpartie. Und das ist eben ganz wichtig. Und das ist eben auch das gewisse Etwas von dem BH mal abgesehen davon, dass er natürlich auch richtig schick aussieht. Er sieht schick aus. Das ist natürlich auch wieder eine tolle Sache, denn hier haben Sie dann ein atmungsaktives Material, das Sie direkt auf dem Körper tragen. Und wenn Sie jetzt die hautfarbene Variante bei Birgit dann einfach mal betrachten, haben Sie noch einen weiteren Vorteil, denn jetzt so zur Sommerzeit hin haben Sie dann nahezu unsichtbare Wäsche, was natürlich auch von Vorteil ist. Jetzt schauen wir uns nochmal die Zonen an, die hier beim Corsalette unterstützt werden. Also in welchem Bereich greift es mir tatsächlich unter die Arme? Also das ist genau im Bauch, im Magenbereich, genau da, wo Sie den Einsatz sehen. Da ist eben verstärkt gearbeitet worden. Das ist der Bereich, wo der Bauch so ein bisschen gehalten wird, ein bisschen zurückgedrängt wird, aber ohne eben dieses einengende Gefühl eines Corsals. Morgen, herzlich willkommen, Birgit ist der Profi in unserer Sendung. Und da sehen wir gleich den passenden Slip bei Birgit. Also wer den direkt dazu kombinieren möchte. 1, 9, 6, 4, 2, 0, das ist die Artikelnummer. Es gibt Schwarz zweimal, Weiß zweimal, Apricot zweimal, Nude zweimal oder Lavendel zweimal. Tina, Mikrofaser, welche Vorteile hat die gerade auch in dieser Verarbeitung? Ja, Mikrofaser ist ein ganz leichtes Material, das sehr hautfreundlich ist. Das fühlt sich super gut an und es ist atmungsaktiv, es ist temperaturausgleichend. Also so richtig schön für jede Jahr. Also eigentlich kann man schon Waschmittel wunderbar nutzen, so ein Flüssigwaschmittel ist natürlich noch ein bisschen besser, kann man auch sehr gut nutzen. Das ist es eigentlich schon ohne Weichspüler und dann ist alles prima. Wir werden später in der QVC am Morgen Sendung auch nochmal bei der Doppelpackung BHs einen Tick dunkler, da sind die Slips etwas heller. Hier nochmal die passende Artikelnummer, Sie bekommen fünf Stück, 1, 9, 5, 2, 5, 9, das ist die Artikelnummer. Und wir dürfen direkt schon mal telefonieren. Einen wunderschönen guten Morgen, Frau Mittag. Hallo Angie, hallo die andere Dame. Guten Morgen, das ist die Tina an der Seite heute Morgen. Vormittag, sind Sie Pfingstmontag schon so früh mit wach? Ja, ich habe gewusst, dass Little Rose kommt. Hervorragend. Worauf haben Sie sich gefreut? Oder warum haben Sie so früh schon mit eingeschaltet? Ich habe die BH, will ich ausprobieren. Ja. Ich war etwas irritiert, aber ich dachte, ich hätte es verpasst. Sehen Sie, wo ich dann auch gedacht habe, machst du mal was anderes. Das ist ja aber genau das, ich meine, ich bin ja so ein Riesenfan von Zitaten. Ich liebe Zitate, könnte ich mich irgendwie noch und nöcher dran satt lesen. Und es gibt ja so ein ganz Klassisches, dass wenn man immer nur in den Fußstapfen quasi seines Vorgängers läuft, dann kann man den ja nie überholen. Das ist ja so ein Ton in Ton tragen. Das ist mal bei mir ein blaues Kleid. Das ist vielleicht aber auch mal der MINT-farbene BH. Und man wird eben feststellen, also für mich war das zum Beispiel ein wirkliches Aha-Erlebnis. Ich habe irgendwie immer gedacht, die Farbe Gelb steht mir nicht. Und dann habe ich mal was Gelbes, einen gelben Blazer gekauft. Sie glauben nicht, wie oft ich auf diesen gelben Blazer schon angesprochen wurde. Wie erfrischend das wahrgenommen wird, wenn man eben mal was anderes macht, als das, was man sonst immer so macht. Wie überraschend das auch für die Umwelt ist. Ich meine gut, die meisten sehen wahrscheinlich ihren BH jetzt nicht unbedingt, aber das Wissen für sich selber. Das ist ja ein anderes Gefühl. Ja völlig. Man weiß es selber, man weiß ganz genau eben, was man drunter trägt. Unter Freundinnen macht Komfort nicht mehr verzichten. Aber ich glaube, das muss man auch bei Little Rose nicht. Muss man nicht, nein, nein. Also hier haben wir wirklich an genau diese Feinheiten gedacht. Das sind alles die Dinge, die uns Damen sagen, was sie alles sich wünschen. Eben auch Dinge, die ich natürlich noch aus meiner Modelzeit kenne, wo ich immer gesagt habe, wenn ich mal irgendwann mit den Sachen was zu tun habe, ich schwöre es, ich werde das nicht zulassen. Und jetzt kann ich immer so ein bisschen mitreden und hier und da Tipps geben. Und das ist wunderbar. Deswegen macht mir das auch so viel Freude. Und wenn dann eben auch so tolle Innovationen dazukommen, so wie zum Beispiel diese Träger. Das ist immer sehr unterschiedlich, je nach dem eigenen Bedürfnis. Aber man kann eben, wie gesagt, mit solchen Dingen auch gerne mal so wie bei uns, dann zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Schlicht und ergreifend. Breit genug der Träger für den Komfort. Und für mich eben die Anti-Rutsch-Beschichtung, damit ich da nicht mehr das Problem habe, dass mir das immer alles von der Schulter rutscht. Ich finde, diese Mischung ist ideal. Was ich total total, dass man also auch unter einem Kleid, unter einem T-Shirt, unter einem Polo-Shirt nicht noch die Wäschenaht hervorblitzen sieht. Und meistens drängt die sich dann ja auch wirklich noch so in den Vordergrund. Und insofern hier wirklich an alles wurde gedacht. An die Bequemlichkeit, an den Komfort, an die Unterstützung, an den Halt, an die Sicherheit. Diese Anti-Rutsch-Träger sind ja auch so genial. Die sind super. Das war für mich das persönliche Highlight, weil bei mir immer die Träger rutschen. Und ich das ganz toll finde, dass es jetzt hier einen Träger gibt, der dieses Gel als kleine Streifen auf der Rückseite des Trägers angebracht hat. Und dadurch bleibt der Träger genau da, wo er hingehört und rutscht nicht alle zwei Minuten von der Schulter. Und das finde ich ist eine tolle Erfindung. Ja, definitiv. Also es ist aber auch die letzte Stunde, in der wir nochmal zurückgreifen oder darauf kommen, das sehen Sie dann alles unter qvc.de natürlich. Und für mich ist es zum Beispiel...